Im Sommer 1962 stieß die Postkontrolle, die heimliche Postkontrolle der Staatssicherheit, auf Briefe nach Westdeutschland, in denen einige Linol-Schnitte zu finden waren. Solche Schriftdokumente waren es recht aufwendig künstlerisch gestaltet, in denen Kritik am System in der DDR geübt wurde und vor allen Dingen die Teilung Deutschlands, die ja erst ein Jahr zuvor durch die Mauer manifestiert worden war, kritisch betrachtet wurde. Die Staatssicherheit legte einen Operativvorgang namens Feind an und versuchte, den Hersteller dieser Linol-Schnitte zu finden. Der Absender auf den Briefen war fingiert, auch die Anschrift war nicht echt und über den Empfänger in Westdeutschland wusste das MFS nichts in Erfahrung zu bringen. Zunächst unternahm die Staatssicherheit den Versuch, die Nachbarschaft des angeblichen Absenders auszuforschen. 60 Personen wurden ermittelt, die dort früher oder zum damaligen Zeitpunkt wohnten, doch all dies erbrachte nichts. Der zuständige MFS-Leutnant Harald Pippich kam dann auf die Idee, alle Personen in der Region Perleberg, in der der Absender vermutet wurde, die etwas mit solch einem künstlerischen Arbeiten zu tun haben könnten, ausfindig zu machen und herauszufinden, ob einer von diesen Personen vielleicht für diese Briefe verantwortlich war. Erst durch den Hinweis der Leiterin der Abteilung Kultur des Kreises Perleberg kam die Staatssicherheit dem Täter auf die Spur. Diese Frau wies darauf hin, dass in einem Dorf bei Perleberg ein Mann lebe, der sich sehr viel mit Linolschnitten, mit Grafikkunst beschäftigen würde, der allerdings gehbehindert sei. Die Stasi nahm diesen Mann in den Blick und tatsächlich stellte sie bald heraus, dass der Mann wohl verantwortlich sei. Man wollte nun eine Schriftprobe von ihm haben. Auf Umwegen wurde versucht, eine solche Schriftprobe zu beschaffen. All das führte auch nicht zum Ziel, sodass die Bürgermeisterin des Ortes eingeschaltet wurde vom MFS und aufgefordert wurde, diesem Mann ein Buch zu bringen, in das er eine künstlerisch gestaltete Widmung schreiben solle. Auch ein Kreisarzt wurde bei dem Mann vorbeigeschickt, offenbar auch unter einem Vorwand, und er sollte feststellen, ob der angebliche Täter auch haftfähig sei. Der Arzt musste dann aber der Stasi mitteilen, dass der Mann durch seine Behinderung in ein Haftkrankenhaus eingewiesen werden müsste, wenn er festgenommen worden wäre. So kam die Stasi zu dem Schluss, dass man den Mann offenbar nicht verhaften sollte. Die Stasi versuchte ihn dann dazu zu bewegen, nicht mehr solche Briefe zu verschicken. Man erklärte ihm, dass er diese Schriften unterlassen solle. Doch Günther Wiesing blieb standhaft und ließ sich von den Aufforderungen, von dem Druck nicht beeinträchtigen. Er erklärte, dass er auch weiterhin der Meinung sei, dass die Teilung Deutschlands nicht in Ordnung sei. Und er prophezeite dem Stasi-Mann und dem Staatsanwalt, dass eines Tages die Menschen die Mauern einreißen würden.